Musik Sibylle Kastner, am kommenden Donnerstag in der Plastikbar passiert etwas, was auf der einen Seite ungewöhnlich ist, aber auf der anderen Seite auch was mit Terminen zu tun hat. Da findet eine Finissage statt von der Ausstellung Hey Alter, die eigentlich trotzdem noch bis zum 10. März verlängert wurde. Genau, deswegen sagen wir eigentlich, es ist eine vorgezogene Finissage, weil wir diesen Abend natürlich schon von langer Hand geplant haben. Da kommen prominente Gäste, nämlich die Goldies, das ist ein Seniorenchor vom Niederrhein, der recht bekannt ist, und die covern deutsche Popsongs und die haben wir natürlich von langer Hand eingeladen. Aber da kommen auch andere Sänger, nämlich die Teilnehmer unserer Workshops. Wir hatten ja einen Gesang-Workshop mit den Trainern von den Goldies hier. Und auch die Teilnehmer aus den Tag-To-Workshops. Das heißt, es wird nicht nur gesungen, sondern es wird auch getaggt. Das heißt, mit Licht gemalt und das Ganze wird animiert. Und so ein bisschen weiß ich auch noch nicht genau, was da passiert, weil die sind natürlich alle kreativ und machen ein bisschen ihr eigenes Ding. Man darf also gespannt sein. Und bei den Goldies ist es etwas ganz Besonderes. Die sind alle, wenn ich richtig informiert bin, über 70. Die sind alle über 70, genau. Die sind, der Vorbild von denen war der Chor Young at Heart. Das ist irgendwie der erste Seniorenchor, der so richtig Furore gemacht hat. Aber die Goldies selber sind auch sehr erfolgreich. Die waren tatsächlich schon mal bei Dieter Bohlen eingeladen und haben da richtig für Furoben geworfen. Und jetzt, naja, mal gucken, was sie hier mit dem Haus anstimmen, Donnerstag. Und jetzt aber zum genauen Termin. Das ist Donnerstag, der? Donnerstag in der Plastikfahrt ab 19 Uhr. Sind Sie herzlich eingeladen. Dankeschön. Das ist Donnerstag.